Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu Assassin's Creed 3 mit mir, mit dem Blackbeard. Wir stehen ja immer in der Siedlung bei uns und haben ja noch so die einen oder haben ja in der letzten Folge die ein oder andere Siedlungsmission gemacht und schon mal ganz kurz, weil Ellen hat sich in einem neuen Job zugeordnet, ob er die nicht auch analysieren können für, genau, sehr schön, zwei von drei Einträge für die Schneiderin in der Enzyklopädie des einfachen Mannes. So, was macht Dave? Dave ist da mal wieder seine Achse am Schleifen, wenn ich das richtig sehe und ich glaube, das haben wir ja schon analysiert, richtig, haben wir schon analysiert. Gut, was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung, denn dies ist die letzte von insgesamt fünf nachsynchronisierten Folgen. Wir reisen einmal per Schnellreise zu unserem Herrenhaus anscheinend und werden da noch das interaktive Gespräch führen. Ich glaube, mit Achilles müsste das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mit wem sonst, wenn nicht Achilles? Ja, nicht die Wand hochgehen, sonst durch die Tür gehen. Keine Ahnung, Mensch. Du. Depp, du. So, wo ist denn Achilles? Siehst du da draußen? Ja, er ist da draußen. Ah, es ist nicht Achilles, es ist Lance, unser Tischler. Er steht hier vor der Hütte. Okay, dann ist es nicht Achilles. Dann quatschen wir halt immer mit Lance. Ihm haben wir in der letzten Folge die Pläne für seinen Klappstuhl gebracht, den er entwickelt hat. Gut, dass du hier bist. Die gekauften Pläne, die waren nicht nur für einen Klappstuhl. Oh nein, da war noch etwas dabei. Etwas ganz Erstaunliches. Eine Flugmaschine. Entworfen von Leonardo da Vinci persönlich. Ich habe sie gebaut. Ha! Du darfst der Erste sein, wenn du willst. Du wirst fliegen können. Schweben. Schweben wie ein Adler. Und das geht? Da Vinci war einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Der brillanteste Geist, den es je gab. Ich garantiere dir, dass es geht. Willst du es versuchen? Ja. So ein Gerät könnte sehr nützlich sein. Hm. Ein Fluggerät, das kennen wir doch. Und ob wir das kennen. Da haben wir schon ein paar Mal geflogen. Und natürlich darf es auch in diesem Teil nicht fehlen. Aber mal wieder, es funktioniert nicht besonders gut. Anscheinend. Ähm, ja. Und jetzt sind wir hier im Wasser. Herzlichen Glückwunsch. Na toll. Das war's. Äh, was machen wir? Ähm. Hier gehen wir per Schnellreise zum Hafenmeister. Und. Quatsch mit ihm. Wo fahren wir hin? Was machen wir? Machen wir maritime Missionen? Oder setzen wir mit der Story Mission weiter? Was fahren wir mit der Story Mission fort? Wir werden es schauen. Wir werden es sehen. Ähm, ich würde sagen. Starten wir das Geisterschiff. Schatzjagd. Die Octavius finden und Captain Kids Schatzkarte im Besitz nehmen. Jo, die starten wir. Alles klar. Dann gehen wir heute nochmal auf Schatzsuche. Yay. Nordwestpassage. 1776. Ich hoffe, Frockner hat recht. Wie jemand an die Nordwestpassage glauben kann, ist mir ein Rätsel. Hm. Ein Schiff. Ich glaube, zu der Zeit war es echt noch ein Rätsel, wie man dadurch die Nordwestpassage durchkam. Aber heutzutage ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, meines Erachtens dürftet ihr offen sein. Naja. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Wir haben auf jeden Fall die Octavius gefunden anscheinend. Und, äh, müssen uns jetzt auf den Weg machen zu ihr. Huch. Eine unsiegbare Wand und noch eine unsiegbare Wand, an der wir uns da vorbeigemogelt haben. Interessant. Okay. Mal wieder Staffel durch den tiefen Schnee. Auf Eis gesetzt, würde ich sagen. Dieses Schiff ist auf Eis gelegt. Gut, eine Karte haben wir hier nicht zur Verfügung. War ja auch irgendwie zu erwarten. Wir haben noch ein paar Schatztruhen angezeigt auf der Karte. Huch. Wir haben optionale Missionsziele, nicht ins Wasser fallen und ein Zeitlimit für das Erreichen Octavius. Sondern ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal darum. Auch wenn der Hand uns irgendwie eine Schatztruhe angezeigt ist, die wir uns hätten mitnehmen können. Aber halt, ignorieren wir es einfach mal. Oder ich habe es einfach nicht gesehen beim ersten Mal durchspielen. Weil wir werden jetzt auch diese Folge nachsynchronisiert. Also ich gucke mir das Video an und quatsche halt den Text dazu später ein. Ne. So, wir müssen uns noch 20 Sekunden für die Octavius erreichen. Und sind bisher noch nicht ins Wasser gefallen. Punkt 1 erreicht. Sehr schön. Wir haben noch 13 Sekunden über für das als Zeitlimit. Und jetzt müssen wir irgendwie da hoch gelangen. So, wie kommen wir da hoch? Kommen wir hier diesen Eisberg hochklettern? Geht das? Ja, schaut gut aus. Hier ist sehr schön. Da kommen wir drauf. Und dann können wir bestimmt noch darüber springen, oder? Genau. Hoch kommen wir nicht. Also müssen wir uns wahrscheinlich nach hier rechts hangeln. Und jetzt eine Etage nach oben vielleicht. Nein, noch weiter nach rechts. Alles klar. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dass da noch ein Vorsprung war. Moment, ich hätte festhalten können. Okay. Da kommen wir doch bestimmt von hier aus auf den Mast springen, oder? Genau. Einen Weg zur Kapitätskajüte finden. Gut. Hallo. Dieses Spiel ist backt schon wieder. Okay, wir sind auf dem Mast. Alles klar. Ich dachte schon, wir hätten sie jetzt schon wieder vergeigt irgendwie. Weil sie vergeigt bekommen. So, jetzt geht es hier nach unten. Wir haben auch noch ein paar Schatztruhen verteilt. Die sind auf gleicher Höhe wie wir. Das heißt, die müssen rein theoretisch hier irgendwo sein. Aber wo sind die? Suchen wir uns mal gerade eben schnell. Ob wir die finden? Keine Ahnung. Die eine ist jetzt unter uns. Und die ist auch unter uns. Hier vorne irgendwas. Die sind auf jeden Fall tote Seemänner. Hier soll irgendwo eine Schatztruhe sein. Aber ich sehe da nichts. Hm. Seltsam. Nur gut. Dann gehen wir wieder nach unten. Ich sagte, nach unten. Ja, genau, nach unten. Danke. Mann, Mann, Mann. Und suchen sie den Weg in die Kapitänskanzüte. Hendrik van der Heul. Käpt'n Kitts Quartiermeister. Der selbst Käpt'n wurde. Die Passage, die du gesucht hast, gibt es nicht. Ich hoffe, du hast nicht lange gelitten. Bestimmt nicht. Das ist wahrscheinlich sehr schnell erfroren. Gib mir her dein Kästchen. Äh, Entschuldigung. Die Hand, die kannst du behalten. Die bräuchten nicht. Ich wollte nur das Kästchen. Also das, was in dem Kästchen ist. Nämlich ein weiterer Teil der Schatzkarte. Sehr schön. Jetzt haben wir schon drei von vier Kartenfragmenten. Und, äh, ja. Jetzt geht's wieder raus hier. Dahinter kommen wir nicht. Wir kommen hier durch diese Tür. Nicht, haben wir eben gerade schon probiert. Da kommen wir nicht durch. Nein, also müssen wir, äh, einen anderen Weg finden zu den Schatzkarten. Zu den Schatzkarten. Sind die vielleicht außerhalb dort? Dort liegen wir außerhalb platziert ums Schiff rum? Oh. Ähm. Ähm. Natürlich. Die Außerirde jetzt ist das Schiff unter. Ich muss raus aus diesem Ding. Na klar. War ja logisch. Ich muss hier raus. Sonst wäre sie auch ziemlich langweilig gewesen, vorwiegend nicht ins Wasser zu fallen. Wenn man hier durchs Wasser, wenn, wenn das Wasser, wenn da kein Wasser rein kommt, würde in das Schiff. Immer juhklettert. Autsch. Aua. Hm. Das hat wehgetan. So ein Fass vor das Gesicht, das tut richtig weh. Und ja, das war knapp, Connor. Boah. Ist das Wasser kalt? Okay. Wir sollten uns also echt nicht berühren. Ach, Mann. Lass mich doch einfach die Leiter hochklettern. Nein. Au. Wow. Da haben wir noch 50 Sekunden. Jetzt aber schnell. Äh, da kommen wir nicht hoch. Nein, da kommen wir nicht hoch. Also müssen wir wahrscheinlich hier rüber. Au. Ighit. Kaltes Wasser. Eiskaltes Wasser. Nicht gut. Ja, das hab ich auch nicht vor. Soll ich hier in den Ring entlang? Und nochmal in den Fässern hochklettern? Nicht runterfallen. Soll ich nach hinten weg springen. Genau da sollst du hinspringen. Alles klar. Kommen wir hier hoch? Jawohl, hier kommen wir hoch. So schön. Ähm. Hier rechts hin? Oder? Ja. Und hier? Ins Wasser gefallen. Und, äh. Wir kommen hier nicht mehr raus. What the? Ich glaube, wir... Desynchronisiert? Jawohl. Wir sind desynchronisiert. Ich hab den Weg nicht gesehen. Ich hab den Weg einfach nicht gesehen. Na gut. Schauen wir ein weiteres Mal. Ich muss mal das optionale Mission ziehen. Nicht ins Wasser fallen. Ich darf mich hier nicht fangen lassen. Ja, wie gesagt, das haben wir auch nicht vor. So. Hier hochklettern. Zack, 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 zack. Nach hinten weg springen. Komm. Alles klar. Hier nochmal da hochklettern. Und jetzt nach rechts drüber. Wieder auf diesen Balken da drauf klettern. Komm hoch. Ich habe nicht viel Zeit. Und, äh... Ja, wir müssen auch da dran springen, oder nicht hier vorne. Ja, aber das springt ja nicht hin. What the? Wir sind jetzt ins Wasser gefallen. Ach. Einfach hier hoch springen. Okay. Natürlich geht das dann. Klar. Instatt dann direkt an diese... Dings zu springen. Okay, da geht es nicht weiter. Jetzt sind wir hier im Wasser. Und wir sind wieder desynchronisiert. Ja, wir sind desynchronisiert. Sehr schön. Naja, oder auch nicht. Je nachdem, wie man es nennt, ne? Ich darf mich hier nicht fangen lassen. Also, auf ein neues. Ops. Und nochmal hier hoch. Ein bisschen Wasser abgekriegt, aber das stört es mich wirklich, weil das quasi dazu gehört zu der Mission. Das ist quasi beabsichtigt, dass man da vom Wasser getroffen wird. So. Wir gehen hier rechts drauf. Gehen da hoch. Gehen rechts rum. Ach, wir können hier links allein klettern vielleicht. Ach, nee. Schau mal. Wir können hier links rum. Und dann können wir hier hochklettern. Alles klar. Und weiter. Komm, go, go, go. Go, Connor. Kletter. Wir sind noch ein paar Sekunden Zeit. Nur 10 Sekunden. Optional das Missionsziel. Dann doch noch geschafft. Nicht ins Wasser gefallen. Sehr schön. Und wir tauchen aus dem Wasser auf. Hm. Wie geht denn das? Wir sind nicht ins Wasser gefallen. Aber wir tauchen aus dem Wasser auf. Hm. Sie versinkt. Hm. Da kommt auch unsere Akira. Sehr schön. Das Geisterschiff. Mission beendet. Mit voller Synchronisation. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Was machen wir als nächstes? Wenn wir hier mit durch sind. Mal schauen. 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 Wir sind wieder zurück in der Davenport-Siedlung gelandet. Mal kurz in die DNA-Anzeige schauen. Ne-Mission Klopps. Boston-Ani-Nürkka. Sammelbare. Sinkebein. Forz. Untergang. Entdeckung. Maritime Mission. Äh. Blub, blub, blub. Die Rettung. Französische Invention. Die Aquila. Nein. Das waren die normalen. Das sind die Forz. Das sind Freibeute-Aufträge. Das heißt, die Dings. Freizuschalten. Ähm. Die Handelsrouten zu befreien. Die Forz. Das sind die Jagden. Auftragsattentate. Da haben wir noch ein paar zu erledigen. Die Forz-Aufträge natürlich. Hm. 66%. Also, die haben zwei Drittel geschafft. Das heißt, ein Drittel fehlt und so. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir die finden. Ob wir die noch unterwegs finden im Spiel. Oder ob ich die dann hinterher mache. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. So. Kids-Briefe da. Klöger beschaffen. Blablabla. Almanache. New York befreien. Ja. Wechsel. Währende Nachschub. Wechselnde Methoden. Blablabla. Nun gut. Das sind die ganzen Hauptmissionen. Okay. Hm. Das Geisterschiff. Hier haben wir sie doch, die Mission. Alles klar. Wir wiederholen die Mission nochmal. Okay. Wir wiederholen die Mission und sammeln uns dann jetzt wahrscheinlich die Schatztruhen ein. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau aus dem Grund werde ich die Mission jetzt wohl wiederholen. Um die Schatztruhen zu erhalten. Ich hoffe, Frockner hat recht. Wie jemand an die Nordwestpassage glauben kann, ist mir ein Rätsel. Na, ich würde das jetzt ganz gerne überspringen, diese kleine Intro-Sequenz. Weil ich meine, die kennen wir ja bereits. Aber die müssen wir uns nochmal angucken. Keine Chance zu überspringen. Na gut, streck dir immer noch ein bisschen das Video. Dann wir jetzt nicht zu kurz. Springen wir nochmal hier runter und dann auf geht's. Die Schatztruhen sammeln. Nach Dr. Havius suchen, ja. Die optionalen Missionen zählen, die ignorieren wir jetzt erstmal. Weil die haben wir ja so oder so geschafft. Gut, das war nicht das dritte quasi, dass man alle optionalen Missionen zählen in einem Spieldurchgang schafft. Hendrik van der Holz, erstes und letztes Kommando. Aber, das ist ja egal. Den Rest haben wir jetzt auch. Jetzt gehen wir hier runter. Schuwups. Und direkt vor uns liegt die erste Truhe. Ach, das sind so kleine Kästchen einfach bloß. War da irgendwas drinne? Ich habe nichts bekommen. Was? Sollte das echt eine Verarschung sein? Wir wollen aber das Kästchen geplündert, aber nichts gekriegt. Wieso, weshalb, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ich meine, Hauptsache, wir haben es eingesammelt und hat zwar jetzt keinen Nutzen gebracht, aber das macht ja nichts. Und wie man sieht, selbst wenn man das erste Kästchen mitnimmt, schafft man immer noch das Zeitlimit in der Regel eigentlich, ne? Ja. Ja, vier Sekunden haben wir jetzt auch über. Und wir haben sich auch nochmal umgeschaut. So, die nächste ist irgendwo hier oberhalb von uns. Ist also nahezu auf gleicher Höhe. Wahrscheinlich müssen wir da vom Schiff aus irgendwie dahin gelangen oder so. Hier vorne haben wir noch eine. Wo ist sie? Soll hier noch irgendwo sein? Da steht sie. Da ist sie. Da ist sie, Ruhe. Ach, hier ist aber 1250 Pfund erhalten. Okay. Die erste Truhe war dann also quasi nur fake, also quasi leer anscheinend. Weil da kam keine Meldung, dass wir da irgendwas erhalten hätten. Hm, schade eigentlich. Na gut, dann suchen wir doch die nächsten. Ich mein, den Weg kennen wir jetzt hier drinnen und, ähm, da sind wir ja auch nicht ganz schnell hier durch. Hoffe ich mal. Ich hoffe, dass wir dann jetzt hier ganz schnell durchkommen. So. Ja, einen Weg zur Kapitänskajüte finden, kennen wir ja schon. Jetzt wieder den Mast entlang laufen. Lalalala. Hopps. Hier über diese Holzplanken drüber und schauen, wo ist die nächste? Die ist hier vor uns irgendwo. Da unten. Da, da ist sie. Dann gehen wir mal hier runter. Auf diesen Eisberg. Und sammeln wir uns auch diese Truhe ein. Und auch hier, und jetzt haben wir hier 2500 Pfund. Wird ja immer mehr. So, können wir sie irgendwo hochklettern vielleicht? Hier? Oder hier? Nee, hier kann man nicht hochklettern. Obwohl es oben aufgebrochen ist. Dann hangen wir uns ein wenig nach rechts. Können wir hier das Seil hochklettern? Nein. Aber hier können wir hochspringen. Alles klar. Und wir sind oben. So. Dann haben wir noch eine hier vorne, eine Ruhe. Da hier weiß ich, dass es so kleine Kästchen sind. Ich weiß auch, worauf ich zu achten habe. Und da haben wir nochmal 1000 Pfund drinnen gehabt. Sammeln wir uns auch mal ein bisschen Geld ein. Sehr schön. Und ich glaube, die letzte war ja unten drinnen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. In der Kapitänskajüte war da nicht auch noch eine Truhe drinnen? Komm, lass die Leiter los können. Genau, danke. War da nicht auch noch eine Truhe drinnen in der Kapitänskajüte? Ich weiß es nicht. Nein, hier war keine mehr. So, aber das können wir jetzt wenigstens skippen, diesen Teil. Und dann entkommen wir jetzt nochmal von der Aquila. Schwupps, bumms, da kam die Kanone. Da kommt das Fass runtergefallen. Wir springen gerade nochmal so in die Deckung. Ich muss raus aus diesem Ding. Und wir fangen an zu flüchten. Versuchen dem Schiff zu entkommen. Alles klar. Hier drunter durch. Ich muss hier raus. Einmal in die Richtung. Hups, hängen geblieben. Ja komm, geht doch da drüber. Danke, Connor. Kommen wir unter der Wäsche durch. Über diese Kisten wieder nach oben. Und jetzt kommt das Fass. Und bam, ins Gesicht. Autsch. Ja, sie scheint unter zu gehen. Mit dem Heck voran? Oder mit dem Heck voran? Mit dem Heck voran, meine ich, wäre das, ne? Weil die Kapitalistik ist ja am Heck gewesen. Und jetzt versuchen wir die Leiter. Und bregen wir da durch das Gitter ein. Und blob. War ja klar. So, und hier steht sie quasi senkrecht im Wasser. Und sinkt langsam aber stetig. So, aber auch diesen Weg gehen wir jetzt in der Kletterung wieder hier hoch. Springen einmal nach hinten weg. Zack. Ups. Danke. Hier hoch. Dann nach rechts auf diesen kleinen Absatz. Dann von diesem Absatz einfach mal hier gerade aus die Wand hoch. Nach links. Und jetzt nach oben klettern. Na komm, Connor. Das schaffst du schon. Ich vertraue auf dich. Und nach oben. Komm. Hoch. Jawohl. Und wir sind entkommen. Perfekt. Ich weiß jetzt echt gerade gar nicht, wie die untergeht. Ist das ein Buchmast oder ist das ein Hauptmast gewesen, der da weggekriegt ist? Keine Ahnung. Das konnte ich jetzt leider nicht mehr erkennen. In welche Richtung sie untergegangen ist. Ich glaube, die sind mit Mecca voran untergegangen. Aber ist ihr auch egal. Wir haben es geschafft. Wir haben die Mission nochmal gespielt. Yay. Wir haben sie ein zweites Mal geschafft. Das Geisterschiff. Juhu. Wir kannten diese Missionen dann noch gar nicht. Ich habe ja noch nicht gespielt. Aber ich kann euch auch versichern, dass es die erste und einzige Mission, die wir jetzt in diesem Let's Play quasi doppelt spielen. Alles andere wird nur einmal gespielt. Es ist egal, ob er da die Truhen sammeln oder irgendwie hier optional Missionsziele nicht erreichen. Wenn ich privat gespielt hätte, hätte ich versucht, alles auf 100% zu bringen. Jede einzelne Mission direkt. Und hätte die dann auch so 2, 3, 4, 5 Mal gespielt hintereinander. Aber nun gut. Und dann starten wir noch französische Interventionen, die La Bella Donna finden und bla, irgendwas. Ich habe es nicht lesen können. Weil ich es mal wieder zu schnell weggeklickt habe. Hm. Ich hoffe, ich habe es vielleicht lesen können. Karibische 1776. Ich bin der Kapitän. Ich bin der Kapitän. Ihr kommt spät. Wir kamen so schnell, als der Wind erlaubte. Zu langsam. Und was ist mit eurer Eskorte? Le Rondolf war erst bei uns, dann verließ sie uns ohne Warnung. Tüpik. Deshalb bestand le Lieutenant darauf, dass ich an Bord komme. Franzosen. Le Lime... Le Lieutenant. Wir fahren erst, wenn wir bereit dazu sind. Ah! Der Atlantik ist gefährlich für ein einzelnes Schiff. Besonders, wenn es so wichtige Frachen geladen hat. Ihr müsst froh sein, dass wir hier sind. Boah! Es ist eisig. Mein Lieutenant freut sich nicht auf den kalten Norden. Ist der Mann noch ganz bei Trost? Halte die Augen offen, Mr. Forkner. Wer nach der Bella Donna sucht, kann in dem Nebel jederzeit hier auftauchen. All Captain, ich hab ein schlaues Gefühl bei der Sache. Ach, nicht nur du. Ich auch. Dann begleiten wir mal die Bella Donna, die viel schneller ist als wir. Die Engländer kommen, Sir! Oh. Oh. Mehr Gegner versenken als die La Bella Donna? Okay. Und Limit für Schaden irgendwas? Auf, wir scheren an der La Bella Donna. 50%. Alles klar. Boah, ist das Nebel hier. Die von 9 Zielen sind eliminiert. Ey. Wie gut, Strollsch. Bam, 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 bam. Bam. 3 von 11. Sehr schön. Und die La Bella Donna hat auch ein bisschen was abgekriegt. Und das geht auch unter. Sehr schön. 4 von 11. Die englischen Angreifer vernichtet. Oh, shit. Ähm. Kinder, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir ein Steuer. Der lila Bella Donna ist direkt vor mir. Wir rammen sie. Wir rammen sie. Geh doch weg. Oh. Oh, die scheiß Schiff, ey. Wir warten, du auf euch. Das ist immer knapp. Feuer! Du setzt sie sich direkt vor uns, ey. Die Bella Donna macht die ganze Arbeit. Schieb! Ja, von wegen die Bella Donna macht die ganze Arbeit. Die schieb's nach uns. Und runter. Nein, wir gehen nicht runter, wir feuern einfach. Na, nun aufs Schiff. Sehr schön. Komm, Triebrassen. Zack. Bam. 6 von 11 versenkt. Haben wir hier hinter uns noch das große Schlachtschiff. Das tun wir jetzt auch noch. Warten. Warten. Und. Feuer frei. Direkt innen, die gehen unter. Ja, schön. Oh, da kommen noch mehr. Okay. Aber wir brauchen nur noch drei Schiffe. Oh, bei der Bella Donna, pass auf. Neu. Sehr schön. Immer hier auf die hier noch. C von 11. So, das Limitfischchen haben wir schon erreicht. L von 11. Also klar, beide optionalen Missionsziele geschafft. Sehr schön. Ja, die ist zu weit weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Nein. Ach, zu. Dieses blöde Schiff, ey. Dieses blöde Schiff. Fährt uns direkt vor den Bug. Mann. Ich brauche volles Regeln. Oh, da waren wir beide. Wir schaffen beide optionalen Missionsziele Dreck in einem. Oh, da haben wir ordentlich aufgewämst hier. Ich glaube, das hätten wir ja als alleine schon geschafft, oder? Wo ist es? Da ist es. Ja, ein bisschen weit weg für die Drehvorsen. Die haben auch nicht ganz den Wumms, die Durchschlagskraft, die wir brauchen dafür. Ich muss nicht. Ich sehe sie nicht. Äh, hallo? Scheiß Nebel. Ist hier vor uns irgendwo. Da taucht sich auch so ein Nebel auf. Alles klar. Der Donner. Pass auf. Und jetzt. Die haben zum Glück nicht schießen können. Die haben gut getroffen, aber wir haben sie versenkt. Sehr gut. Sie sind von elf geschafft. Oh, die Bälle drei kommen schon wieder verdammt nah. So. Bam, bam. Noch mal zwei getroffen. Ey. Jetzt auch mal. Zehn von elf. Also klar, wir brauchen nur noch ein Schiff. Die sind direkt vor uns. Und das kleine kriegt noch mal eine dicke Breitseite ab. Hahaha. Das exklimiert. Sehr schön. So. Kriegsschiff. Oh, shit. Oh, shit. Kriegsschiff. Na gut. Oh. Sehr abgesessen, der Treffer von denen. Okay, wir müssen Kettengeschosse anziehen. Okay. So, nachladen. Und dann gehen wir mit Kettengeschossen auf das Kriegsschiff. Mal getroffen. Hat das gereicht? Ich muss in Deckung gehen. Um den Schaden zu vermindern, den wir kriegen. Oh, fuck. Die Belladonna, die sind ziemlich am Sack. Irgendwie auch ordentlich. Wir schlucken ordentlich Schaden. Aber, solange die sich auf uns konzentrieren, ist ganz gut. Da gehen sie wenigstens auf unsere, quasi auf unser Schiff, das wir beschützen sollen. Oh, weiterdrehen, 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 weiterdrehen. Alles klar, dankeschön. Ich habe schon Angst, dass wir wieder in die Belladonna reinrauschen. Krass. Und die brennen langsam aus. So, jetzt aber die Masten kaputt, oder? Irgendwie ein bisschen getroffen, aber nicht ordentlich, nur. Also, komm, 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 komm. Jetzt aber. Jawohl. Was denn haben wir geschafft? An Bord des Kriegsschiffes gehen. Mal hoffen, dass es diesmal funktioniert. Dass wir diesmal direkt an Bord gehen können. Immer da ran segeln an das Schiff. Und ich werde mir letztes Mal, dass wir dann quasi erst einmal das Schiff versenken. Und dann... Alles klar, es geht. Glück ab. Welch ein Glück, dass es diesmal wenigstens funktioniert. So, dann entern wir mal das Schiff. Auf geht's. Wo ist der Kapitän? Oh, es brennt. Oh, Feuer. Was willst du von mir? Da, schluck die Kugel. Wie flügt man? Ähm, desikonisiert, weil wir ins Feuer gerannt sind, oder was? War sogar nicht gebrannt. Na, super. Dann halt noch einmal. So, dann klettert man hier nochmal an Bord des Schiffes. Und ihn nochmal nieder. Ach, diesmal geht die Kamera auch auf ihn? Okay. Aua. Dann gehen wir diesmal weit außenrum um das Feuer. Und, äh... Zeitlimit für Eliminier des Offiziers. 40 Sekunden. Alles klar. Wir gehen aber nur auf den Offizier. Würde ich sagen. Da haben wir ihn. Sehr schön. Woher wusste das britische Kommando von der Belladonna? Das britische Kommando weiß nichts davon. Warum seid ihr dann hier? Ein Patriot führt uns hier. Nicholas Biddle. Für wen arbeitet Biddle? Das weißt du doch. Assassine. Hm. Nicholas Biddle. Ein Templer in den Reihen der Patrioten. Hat uns also verraten. Nun gut. Ich glaube noch mal einen neuen Punkt auf unserer Liste. Einen neuen Namen. Nicholas Biddle führte sie hierher. Er hat... Ähm. Kaiser. Bitte. Randolph! Klar machen zum Gefecht! Kommando zurück! Er hat längst beigedreht. Wir können die Belladonna nicht zurücklassen. Aber Sir! Sie ist beschädigt und angreifbar. Lass ihn ziehen. Wir sehen ihn früh genug wieder. Wollen wir es doch mal hoffen. Französische Intervention. Mission beendet. Mit voller Synchronisation. Sehr gut. Nur gut. Und ich würde sagen... Damit beende ich dann noch diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe ihr hattet ein klein wenig Spaß. Und... Ja. Wie wir sehen, das Wetter hat sich auch geändert. Es ist inzwischen Sommer. Was ich sehr schön finde. Und ja. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Bleibt mir also treu. Ich sage... Bis dahin. Glaubt euch wohl. Und macht's gut. Ciao. Euer Blackbeard.